Juhu, halli, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4. Landschaftsleben, Landhausenleben, Land, Landleben, Landleben, Landleben. Ich weiß doch, wovon ich rede. Ja, ich melde mich erst jetzt wieder, ich hatte einfach keine Stimme. Ich lag mit der Bronchitis im Urlaub auf dem Sofa. Hab ein bisschen gelitten und hatte nichts vorproduziert, weil das Spiel noch so neu ist. Also, ja, macht Liegestütz, viel Spaß, Schnucki. Ich hoffe, es macht dir wirklich Spaß. Wir müssen noch eine Freundschaft schließen und drei Pflanzen töngen. Und uns mit so einem Wildhasen oder so anfreuen. Denn du bist alleine. Wow. Nett. Das hast du dich gemacht. Achso, ein Eingerecht nehmen für alle. Ich mag das Blau total gern. Komm her. Essen. Wegwerfen. Okay. Dann erst vorbildlich wegwerfen. Dann was essen. Elena hat sich schön gekocht. Unser Grundstück ist, glaube ich, einfach viel zu klein. Futter stand halb. Voll sauber, sauber. Von einem Tier besetzt. Nee, geht ja nicht. Äh, ja, mir wurde geschrieben, man kann nicht züchten in den Kommentaren. Hatte ich mir schon gedacht. Äh, das wäre sonst einfach viel zu cool. Stellt euch das mal vor. Das wäre so gut. Okay, hier fehlt auch gar nicht mehr so viel. Äh, wir könnten uns ein bisschen mit den Bienen verbünden. und pflegen, füttern, pflegen, käfern, siedeln, unsere Bäume, ja, entwurzeln. Sollten wir umziehen? Ich weiß es nicht. Es ist so schön hier. Aber die kann man ja auch alles neu pflanzen. Das sollte ja kein Problem sein. Wo bleibt er denn? Juhu, da ist er. Marco, du verhungerst gleich, mein Lieber. Mehr Auswahl. Eier einsammeln. Ähm. Futter auffüllen. Gucken, was wir für Eier kriegen. Sie wünscht sich Honig sammeln. Oh, guck mal, geht sogar. Honig sammeln. Jatou. Wir müssen nochmal so einen Wildhasen finden. Klingt ja gar nicht so schwer, oder? Ein neuer Tag beginnt früh auf der Farm. Guckt mal, wir können Grillenmehl sammeln, den Käfer klumpen und Honig. Oh ja, da muss jemand ganz dringend Pipi machen gehen. Du schaffst das, Marco. Ich klapp an dich. Ähm. Hier müssen wir noch etwas jäden. Und duschen müssen wir auch nochmal. Alles ernten. Duschen. Supi. So, du hast Grillenmehl gesammelt. Und dann können wir die wieder pflegen. Pflegen. Danke, Bienen. Die Viecher schlafen noch. Aber wir können bestimmt noch mal ein paar Eier sammeln. Nein, können wir nicht. Wir sind Futter verstreuen. Okay, die Bienen sind gar nicht so sauer auf uns. So, ja, Wachs sammeln. Aha. Hatten wir bei Marco das jäden? Also generell kann man sich jetzt in den Garten. Und ein Kabel hängt fest. So. Fleißiges Bübchen. Okay. Ich bin jetzt zu diesem geheimen Grundstück gereist. Das super geheime Grundstück. Hier muss es doch irgendwo wild lebende Viecher geben. So. An die Tür klopfen. Hier wohnt niemand. Hier kann man fischen. Das finde ich gut. Und ein bisschen angeln gehen. Was wächst hier so? Graben. Ach, hier kann man nur graben. Dann machen wir das mal. Graben. Und ich suche. Ich suche. Wie schön, dass das hier ist mit der Lampe. Und das suche ich aber nicht. Oh, wie schön. Die Trauerweide, Leute. Kalkstein. Was haben wir denn? Ach, nur Deko. Wie schön es hier ist. Angelt er noch? Angelst du? Marco, angelst du? Da. Über das Zwitschern reden. Bewundern. Kontakte geschnüpfen. Das ist neu, ne? Dass das jetzt in diesen Kontakte knüpfen. Unterkategorie Dingsbums da ist. Das muss doch auch in der Theorie nur einer erfüllen. Sich damit anzufreunden. Weil wir das dann auf dem Grundstück platzieren, auf dem beide leben. Oder täusche ich mich? Hallo, Elena. Na? Hast du einen Vogel? Guck mal, die Vögel wollen Geschenke. Gib uns Geschenke, Elena. Vögel, Geschenke. Geschenke. Wir wollen Geschenke. Ich liebe ihr Kleid. Es ist so schön. Es ist so schön. Na, was wollen sie jetzt? Oh, oh, oh. Sie mögen uns nicht. Ähm, unbekannt. Lieber Hühner tratschen. Kontakte knüpfen. Achso, der Schwarm ist weg. Schwarm! Schwarm, bitte komm wieder. Verlass mich nicht. Müssen wir was Neues suchen. Gibt's hier noch einen Hasen? Hallo? Ist hier noch ein Hase? ein Grill. Grillen. Asado ist eins der vielen. Okay, können wir das auch nicht machen? Weil wir es nicht haben. Das finde ich so gut. Mit diesem Selbstversorgungsding. Großartig finde ich das. Okay, Augen offen halten. Wir suchen Freunde. Vögel, Häschen. Und Deko. Wir suchen Vögel und Häschen. Vögel und Häschen. Vögel. Das Zwitschern reden. Und Wundern. Kontakte knüpfen. Wir haben einen Frosch gefunden. Ich hätte auch so gern Frosch als Haustier. Und zwar African Milk Nee, Milkfrogs. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Wunderschön. Süß. Die knuffigen. Die sind super süß. So. Dann freuen wir uns hier mal an mit euch, oder? Nach dem Wert an Spatzens in der Hand fragen. Wir haben aber halt auch immer süße Interaktionen. Oh, ob wir denen was vorsingen sollten? Ja, und Marco fischt und fischt und fischt. Gut gefrühstückt, der Boy. Oh, ab wann ist man denn mit dem befreundet? Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Namjeleska. Ich mag Simlish. Warum wurde das gemacht? Damit man nicht jedes Spiel übersetzen muss in jede Sprache, um Geld zu sparen. Und um mehr Interpretationsfreiheiten zu haben. Und damit einem die ganzen Sachen nicht irgendwann so abgedroschen sind, wie so ein Zillzall. Man kann ihn ja immer noch zuhören, ne? Seit wann hören wir unseren Sims beim Reden zu. Kontakte knüpfen. Schon so ein bisschen. Ja, fliegen. Ja, guck mal. Wir haben uns mit den Vögeln angefreundet. Ja, wir sind die Besten. Wir sind die Vogelfreunde. Wir haben einen Vogel bald. Oh, Gunis. Hat sie gerade Gunis gesagt? Das ist mein Lieblingsfilm. Die Gunis. Kennt die jemand? Über Katzen plaudern. Aber man kann ihm bei der Gartenarbeit helfen. So ein bisschen wie bei... Hallo! Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ja, was bist denn du? Eine Katze. Oh. Oder ein Hund? Nein, ein Hund. Katze. Hund. Ein Hund. Ein Hund, oder? So ein Hund. Du bist doch süß. Hallo. Hallo. Hallo, Mila. Möchtest du mein Haustier sein? Nein, wir können nicht schon wieder alle Tiere adoptieren, die ich sehe. Mila, lauf doch nicht weg. Mila, was hast du geklaut? Mila. Schöner Name. Mila. Zuneigung zeigen. Gitarre üben und geigen. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich eine Gitarre und Geige. Möchtest du mein kleiner Marco? Oh, fleißiger Angler du bist. Ja, hallo. Du bist aber ein Häschen, oder? Ein wilder Hase. Hallo. Hallo, ich möchte mit dir über deine Flaschigkeit reden. Häschen. Du möchtest einen Hasen haben. So, Marco, das ist deine Aufgabe. Freundschaft mit dem Hasen. Hallo, Mr. Flauschi. Aktion. Kontakte knüpfen. Fragen, wie es ihm geht. Streicheln. Witze machen. Aber Witze sind doch nett, oder? Fragen, wie es ihm geht. Über die Flaschigkeit reden. Hasi. Will der Hase einen Namen geben. Mr. Flausch. Das ist... Nein, nicht Schnuffel. Schnuffel. Mr. Flausch. Das ist Mr. Flausch. Hallo. Warum bist du denn... Oh. Oh, so süß. Oh. Warum können wir keine Hasen haben? Warum können wir keine Hasen haben? Ich möchte Hasen haben. Okay, er findet uns lustig. Kann das sein? Nein, findet... Sagte sie und kriegte Minus. Fragen, wie es ihm geht. Ähm... Hi, mein süßer Flauschi. Oh, sag mal nicht so süß, Flausch. Flauschigkeit reden. Kontakte knüpfen. Ich weiß auch gar nicht, was Elena in der Zeit macht. Aber... Marco, lass jetzt Zeit. Ähm... Kontakte knüpfen. Ich fahre an diesem Samstag Fallschirmspringen. Ah! Fallschirmspringen. Fragen, wie es ihm geht. Übers Gemüse reden. Ich wollte schon immer Fallschirmspringen. Mit meinem Bruder gehe ich Fallschirmspringen. Du wirst über Karotten erzählen. Wir sind so lustig, Leute. Kontakte knüpfen. Hallo, du Muffin. Hätte ich dich Muffin nennen sollen? Weißt du, da war so ein Schmetterling und ein Drache. Und die waren ganz lustig. Uh! Wir sind nicht bei der Gartenarbeit. Ach nein. Bist da Flausch. Kann man die dann auf dem Grundstück haben und die helfen einem? So ein bisschen Schneewittchen-mäßig. Wir wollen jetzt nicht mit Elena plaudern. Wir wollen fragen, wovon Hasen träumen. Und einen Witz erzählen. Elena, nein! Wovon träumen Hasen? Von grünen Rasen? Wir wollen über Hasenangelegenheiten reden. Das wird ein bisschen ernster. Das hat mit einem Hasen und einem Tintenfisch zu tun. Glühwürmchen, das kann ich ja verstehen. Guck mal, er denkt nur an Karotten. Uhura! Nein, Elena! Nein, nein, nein! Hör auf! Du störst. Kontakte knüpfen. Streicheln. Nach Leben fragen als Hase. Kontakte knüpfen. Nun wird's erzählen. Wir müssten noch bald Freunde sein. Warum sind wir denn noch keine Freunde? Los, Marco! Wir schaffen das. Mr. Flausch muss uns mögen. Stell dir mal vor, jedes Wildtier würde sich streicheln. Ah, wir haben einen Hasen als Freund. Okay. Wir haben einen Hasen. Wir haben einen Hasen. Als Freund. Juhu. Was machst du? Joggen? Zurück nach Haus. Warum? Wer hat dir das erlaubt? Aber ist okay. Dann können wir uns die Sachen kaufen. Home, sweet home. Oh, wir müssen hier was gegen Käfer einsprühen. Guck mal, wie das hier aussieht. Alle gießen, alle jäten. Gegen Käfer einsprühen. Und du kannst einmal jäten. Okay. Wir dürfen jetzt im Kaufmodus das kaufen. Hat mir mein Spiel gesagt. Wir haben das freigeschaltet. Wo ist es denn, mein liebes Spiel? Äh, ich guck dir das Zimmer. Draußen, Außenaktivität. Ist ein Hase eine Außenaktivität? Ja. Ein Wildvogelschwarm und ein Hase ist eine Außenaktivität. Okay. Finde ich gut. Oh ja, die Kuh melken. Die Kuh füttern. Und, ähm, über Kuh-Prollapse. Wie nennen wir denn die Kuhleute? Putzen. Wir brauchen unbedingt einen Namen für unsere Kuh. Putzen. Äh, ja. Elena mag Gartenarbeit. Füttern. Scheren. Und. Streicheln. Okay. Ja, wir haben mehrere Sachen, ähm. Okay, drei Geschenke an Fuchs, Hase oder Vögel geben. Ein Fünfmal Tierleckerchen zu bereiten. Eine Riesenfeldrucht, perfekte Qualität ernten. Und ein Objekt, fünf Objekte in Bumblewood sammeln. Cool. Easy. Und du musst dich jetzt nur noch mit einem Lama anfreunden, ne? Guck mal, dann kannst du doch gießen. Alle gießen. Was gegießt werden muss. Alles gießen. Können wir was ernten. Ne, ne? Haben wir vorhin schon, glaube ich, Sojawachs sammeln. Mit Bienen verbünden. Honig sammeln. Aber ich glaube, sonst haben wir alles Eier einsammeln. Noch mal ein bisschen Futter verstreuen. Und dann können wir ein paar Sachen in den Kühlschrank schmeißen. Was können wir denn in den Kühlschrank schmeißen? Honig von schlechter Qualität. Ähm, wie kann man denn so ein Tierleckerchen zubereiten? Vitaldünger. Fossilstein. Ah ja. Männisch. Ach, guck mal. Du warst das. Fisch. Fisch. Petersilie. Salbei. Erdbeere. Karotte. So. Was wollte ich machen? Ach ja. Manchmal Tierleckerchen zubereiten. Freundschaftsleckerchen. Ach, guck mal. Können sogar Tierleckerchen zubereiten. Okay. Mehl. Kann man, ist Grillenmehl das gleiche wie Mehl? Käferklumpen. Wer muss denn noch gegossen? Guck mal, die müssen auf jeden Fall gejätet werden. Geht ja nicht. Ähm. Oh, ihr seid hungrig. Marco, die Tiere sind hungrig. Jäten. Eier eingesammelt. Und, okay. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen, dann haben wir diesen Tag auch erstmal hinter uns. Und geschafft. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es euch Let's Play die Sims 4 das Landhaus lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.